Einen wunderschönen guten Tag an alle und herzlich willkommen zu meinem kleinen Samstag-Stream. Wir spielen heute oder wir schauen uns heute mal das Spiel Clothing Store Simulator an. Und die Vollversion ist auch gerade rausgekommen, aber wir spielen erstmal die Demo, um zu gucken, ob es überhaupt was ist. Ihr kennt es ja. Ihr seht hier auch schon hier unten ein bisschen im Video ein paar Sachen. Wir können halt Kleider gestalten, dies, das, Ananas. Wir schauen uns das mal an. Vielleicht ist es ja was ganz Cooles. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Das Spiel ist auf Deutsch und auf Englisch und auf was weiß ich nicht alles. Ihr könnt es halt machen, wie ihr wollt. So. Willkommen. Sie machen den ersten Schritt auf Ihrer Reise vom Kleinen Laden zum wichtigsten Modezentrum der Stadt. Kaufen Sie ein paar Produkte, füllen Sie die Gänge und beginnen Sie mit dem Verkauf. Ihre Verkaufspreise müssen ausgewogen sein. Kümmern Sie sich um Ihre Kunden, steigern Sie den Umsatz, verbessern Sie Ihr Geschäft, gehen Sie nicht bankrott, arbeiten Sie hart und haben Sie viel Spaß. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. So. Okay. Wir sind jetzt gerade im Tutorial, was hier Lernprogramm heißt. Gehen Sie an den Computer und bestellen Sie Ihr erstes Produkt. Wir gehen da mal hin und bestellen mal unser erstes Produkt. Warte mal, das ist nicht der Computer. Das ist der Computer. Okay. Wir können jetzt hier, wir haben verschiedene Sachen, die wir jetzt praktisch bestellen können. Wir fangen mal an. Wir haben erstmal nur Frauensachen, was ja erstmal nicht schlimm ist. Deswegen, ich würde einfach sagen, wie viel Geld haben wir denn? Wir haben ein Tausender. So, die Kleider sind relativ, wir würden jetzt erstmal von jedem vielleicht ein bisschen was bestellen, ja? Oder können wir noch, haben wir noch irgendwas anderes? Filiale? Möbel? Ah, okay. Das sind Umkleidekabinen und so? Mhm, mhm. Ich verstehe. Gut. Ich würde tatsächlich mich erstmal umgucken, denn Okay, wir haben ein so ein Ding. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens zwei Umkleiden. Da gehen schon mal 200, 200 Dollar drauf. In den Warenkorb legen. So. Naja, 204 war ja wahrscheinlich noch Verschiffungskosten oder was weiß ich. So. Hier haben wir noch gar nichts. Hier haben wir auch noch gar nichts. So, ich würde jetzt hier zwangsläufig nicht da, obwohl das sind Zehner packen. Ja, komm. Was wir da haben, das haben wir da. Guck mal, so. Wir haben, ja komm, ich nehme noch eine. So, das müsste eigentlich heißen. Guten Morgen, Leon. Ach so, shit. Jetzt muss ich erstmal hier. Okay, wir haben drei Umkleidekabinen und dann jeweils einmal von diesem Zehnerpack, also 10, 20, 30 Sachen. Das ist, äh, das passt. Okay, das habe ich jetzt gekauft. Ihre Bestellung ist angekommen. Holen Sie sie ab. Holen Sie sie ab. Das ist auch so ein Satz, ne? Das ist, ähm, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, das ist also unsere Bestellung. Bestellung. Okay, was haben wir denn hier? Die Umkleidekabinen. Okay, ich würde jetzt tatsächlich erstmal die Umkleidekabinen, ähm, wie kann ich die denn machen? Mit F. Okay, öffnen wir die Box mit F. So, drehen mit dem Mausrad. So, wir gucken, dass wir das relativ gut, ähm, hinbekommen. So, also bei mir ruckelt überhaupt nichts in der, in der Dings. Ich habe auch keine hohe Computerauslastung oder sonst was. Ich weiß nicht, warum es, äh, bei dir ruckelt. So. Dann drehen wir den ganzen Spaß nochmal. Ich versuche das alles hier ein bisschen, ne, ordentlich zu halten. So, das sieht doch gut aus. Also, ich finde das, ich finde das richtig gut. Ja. Wartet mal kurz. So. Ähm, ja. Also, ne, das, das, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. So. Wunderbar. Wenn es aber dolle ruckelt, dann muss ich notfalls nochmal in die Grafikeinstellungen reingehen. Das ist halt auch überhaupt kein Problem. Dann schalten wir da erstmal ein bisschen was runter. So, was haben wir denn hier? Qualitätsoptionen. Dann machen wir einfach Mittel. Das kann sein. Hier machen wir einfach 60. V-Sync nochmal an. So, das müsste eigentlich passen. So. Vielleicht ist es jetzt besser. Keine Ahnung. Könntest du mal reinschreiben, ob es ruckelt. Aber bei mir ruckelt in der Vorschau nichts. Bei mir ruckelt es im Spielen nicht. Also von daher, ähm, passt das eigentlich. So. Jetzt haben wir natürlich hier diese ganzen Sachen. Ja. Und jetzt kann ich hier praktisch. Okay. Und dann platziere ich mit E einfach jetzt mal dieses Ding hier hin. So. Da können wir dann halt später nochmal was machen. Warum kann ich nicht dieses ganze Ding nehmen? Das ist halt auch total kurios, ne? Ach shit. Ich habe jetzt immer dasselbe. Warte mal. Ähm, Platziermodus. Kann ich das nicht da drauf? Doch, ich kann es da drauf machen. Sehr schön. So. So. Ähm. So. Wir nehmen erstmal von jedem ungefähr drei, drei Stück fest, ne? Nimm das Kleid. Warum kann ich das nicht? Scheiße. Ich habe eine, ich habe eine Vermutung, warum das nicht funktioniert. Weil. Ähm. Okay. Okay, wir können nicht mehr Produkte tragen. Wir platzieren jetzt einfach den ganzen, den ganzen Stapel mal da hin. So. So, sehr schön. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Ähm. Noch ein bisschen gerade, ne? Und so. So. Dann nehme ich jetzt einfach wieder diese komischen Röcke hier. Das ist praktisch unser erstes Produkt. Ja, das kommt halt jetzt da ran. Ah, jetzt verstehe ich auch den ganzen Kladderadatsch hier. So, warte mal. Das sind alles die hier. Das heißt, ich platziere die mal einfach da mit drauf. Oder da drunter oder daneben. Ist ja jetzt Bums erst mal. Okay. Legen Sie den Produktpreis von Ihrem Computer aus fest. Okay. Ähm. FIAL-Leiter. Shop-Bereich, Lager. Aber wo soll ich das machen? Produkte. So. Kosten 20. Empfohlene Marktpreis 50. Mhm, 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 mhm. Ach nee, wir haben ja das hier. Kostet 15, 37,50. Dann machen wir einfach 40. Genehmigen. So, jetzt müssen wir unseren Shop eröffnen. Zack. Ähm. So, wir haben jetzt Open, ne? Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hier gibt es tolle Kleider für den Mann und die Frau. Je nachdem, wie Sie das gerne hätten. Es ist alles möglich. Ich schaue noch mal schnell. Okay, wir müssen mal kurz warten. Er hat jetzt halbe Auflösung gemacht. Weiche Schatten. Ich habe eigentlich gesagt, keine Schatten. Okay. So. Vielleicht läuft es jetzt auch bei euch im Stream ein bisschen flüssiger. Wir gucken einfach mal. Ähm. Und ansonsten. Was wollte ich denn jetzt sagen? Den tun wir mal kurz. So. Ganz in Ruhe. Ich bin sofort wieder, wieder da. Und dann geht es weiter. So. Ähm. Es kommen natürlich auch Männer zu uns, ne? Das ist halt absolut auch überhaupt kein Problem. Also soll doch jeder kommen, ne? Guck mal, der kauft jetzt vielleicht auch für seine Frau ein. Ne? Der ganze Frau, dieses Produkt ist nicht verfügbar. Doch, es ist verfügbar, aber ich habe falsch. Ähm. Ihr Kunde wartet an der Kasse auf Sie. Schließen Sie die Zahlung ab. Legen Sie die Produkte in die Einkaufstasche. Oh, das geht ja easy. Okay. Das macht dann bitte so und so viel. Ähm. So, danke schön. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir schon wieder ein bisschen was reinbekommen. Das heißt, ähm. Ich kann mal schnell. Ich brauche schnell mal. Nein, ich muss zum Großhändler. Möbel. Ähm. Zwei Stück noch mal kaufen. Möbel. So. Guten Tag, der Herr. Ach, für die Frau also. Möbel. Okay, vielen Dank. Oh, die kaufen uns aber das ganze Zeug hier weg, ne? Ähm. Ähm. Okay. So. Ich muss jetzt noch mal schnell hier ein paar Kleiderständer hinpacken. Damit. Ich bin sofort bei Ihnen. Geben Sie mir einen Moment. Ich muss schnell noch was, äh, erledigen. Und F drücken. Und dann machen wir das. So. Dann nehme ich jetzt hier. So. So. Guten Tag, die Dame. Ähm. Dankeschön. 40, bitte. So. Ich muss mal schnell die Preise noch machen. Produkte. Eleganzer Kleid. Info mal genehmigen. Preis aktualisiert. Okay. Dann machen wir hier 55. So. Das müsste eigentlich passen. Wenn ich, ups. Wenn ich, äh, richtig bin. Okay. So. Da habe ich jetzt noch hier. Da kommen jetzt noch die restlichen Kleider drauf. Einfach. So. Da habe ich jetzt noch, äh, zwei von den Rücken. Gucke nicht so komisch. Was ist dein Problem? Und dann, äh, gibt es noch hier diesen wunderschönen, was auch immer das ist. Hemden. Hemden für die Dame. Ja. So. Die muss ich jetzt noch schnell. Ich bin sofort bei Ihnen. Geben Sie mir einen Moment. Ähm, Produkte. Hemd. 37 machen wir 40. So. Wunderbar. Guten Tag, der Herr. Was haben Sie denn? Einen Rock für die Frau. Alles klar. So. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen. Ich muss schon wieder nachbestellen. Ähm, Großhändler. Zehnmal den Rock. Bitte einmal kaufen. Wunderbar. So. Guten Tag, die Herren. Und die Dame natürlich. Bitteschön. Danke. Viel Erfolg. Danke. Wiedersehen. Danke. Das geht ja. Ähm. Oh, die Dame, die sucht, äh, drücken Sie N, um einen neuen Tag zu beginnen. Okay. Später vielleicht. So. Schnell mal alles auffüllen. Guten Tag. Oh, eine wunderschöne Wahl, die Sie da getroffen haben. Eine wunderschöne Wahl. Okay, jetzt scheint aber auch keiner mehr zu kommen. Der Tag ist auch abgeschlossen. Okay. Dann gehen wir mal. Okay, wir haben eine gute, ja, wir haben ein gutes Gleichgewicht auf jeden Fall. Wir beginnen einen neuen Tag. Wir haben noch, äh, geclosed. Wir sind auf Stufe 2. Kann ich da irgendwas machen? Das ist in der Folge so Großhändler, Möbel, Marken, Design auf Stufe 7. Wir müssen auf jeden Fall auf Stufe 7 kommen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir jetzt, äh, für Männer anscheinend ein paar Sachen tatsächlich. Das ist auf jeden Fall cool. Ähm, wir könnten noch einen Cashier machen, aber das brauchen wir gerade nicht. Der Design Workshop. Wie gesagt, wir müssen das auf jeden Fall, ähm, auf Stufe 7 machen. Denn dann können wir unsere eigenen Kleiderklaube, äh, bearbeiten und so. Denise, einen wunderschönen guten Morgen. Okay. Dann würde ich sagen, wir kaufen erst mal nichts, oder? Wir haben eigentlich alles, okay, bis auf das Kleid und einmal Hemd. Und dann würde ich sagen, wir haben alles, äh, bearbeiten und so.